Ein flauschiges Hallöchen ihr Süßen und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen gemeinsam Glocke. Das ist ein, ja, ein neues Adventure, ein Puzzle Adventure und ist noch gar nicht so lange draußen. Es gibt aber trotzdem noch ganz, ganz viele Patches. Ich glaube fast jeden Tag habe ich bisher einen bekommen, weil der Entwickler sehr hinterher ist, noch irgendwelche Bugs auszumerzen. Ich hoffe, wir werden da keinem begegnen, aber wir fangen jetzt erstmal an, indem wir das Buch öffnen. So, das ist unser erster Spielstand sozusagen, aber es ist überhaupt noch nicht weit. Ich starte trotzdem mal die Szene neu, dann seht ihr auch, wir sind ganz am Anfang. Ich habe einfach nur mal geguckt, ist das tatsächlich der Spielstart? Und ja, das ist er. So, starte diese Szene neu. Und da sind wir. Wo bin ich? Und ihr seht schon, ungefähr bis da sind wir eben auch gewesen, was wir verpasst hatten, war. Wo bin ich? Wir laufen mal. Es geht um einen Vater und eine Tochter. So viel kann ich, glaube ich, schon verraten. Na du? Alice? Ich werde dir ein besseres Leben geben, versprochen. Was das ist? Wo ist unser Töchterchen hin? Meine Werkbank? Dann setzen wir uns mal. Ich finde den Stil sehr, sehr schön. Wir können die Zeit manipulieren, übrigens. Und ich glaube, das haben wir eben getan. Ich weiß nur nicht unbedingt in welche Richtung. Und ob das jetzt so richtig war. Warum ist die Tür offen? Und wo sind wir? Was machen wir hier? Huch, was... Ich werde ihnen das Geld zurückgeben. Auf jeden Fall. Sparen sie mir bitte etwas. Die Übersetzung ist vielleicht noch nicht die beste. Kann das sein? Sparen sie mir etwas mehr Zeit? Was ist los? Warum kommen sie so bald? Okay, wir haben wohl die Zeit. Und wir geben die Uhr jetzt diesem Mann, weil wir Geld brauchen. Oh, das ist schlimm. Kann ich jetzt zu diesen... Nein, okay. Ich muss in die andere Richtung. Ich dachte, vielleicht kann ich zurückgehen, ihnen das Geld geben. Aber es geht nur in eine Richtung weiter. Kleine Alice. Alice. Warum bist du hier? Ähm. Hey. Es geht dich nichts an. Ich habe meine Gründe. Wohin gehst du? Alice. Alice. Wie schlafe ich ein? Ja, die Übersetzung ist nicht perfekt. Dazu muss man vielleicht sagen... Ich kann mir erklären, wieso. Ich kann mir erklären, wieso. Das Spiel wurde von chinesischen Entwicklern gemacht. Und ich nehme mal ganz stark an, dass die englische Übersetzung die Version ist, von der letztlich dann die deutsche Version übersetzt wurde. Und das ist manchmal ja vielleicht nicht unbedingt das... Ja, das Eleganteste dann. Ich nehme an, das ist der Grund. Aber immerhin, wir haben eine deutsche Übersetzung. Und ich bin sicher, mit Feedback und mit der Zeit wird die auch besser werden. Was er meinte, ist vermutlich eher ein Wie konnte ich einschlafen? Guten Morgen, kleine Alice. Oh, sie ist schon süß, oder? Guten Morgen. Oh. Warte, wohin gehst du? Okay, sie scheint etwas verärgert zu sein, weil wir vermutlich am Arbeitstisch eingeschlafen sind. Entschuldigung, wir haben heute geschlossen. Ich muss gehen. Was... was wollen sie? Sind wir das? Das sind wir, oder? Guck mal, das ist ein grünes Hemd. Und die... Weste, das sind doch wir, oder? Sind das wir aus der Zukunft? Die uns diese... Also, wir haben die Jacke nicht an, aber sonst? Eine Uhr. Ich habe noch nie eine solche Uhr gesehen. Drehen ist das Ziffernblatt, aber nicht die Zeit... Okay. Weiß nicht, ob die Struktur die gleiche ist wie normal. Es tut mir sehr leid. Kommen Sie bitte morgen. Wo ist der hingegangen? Das ist mich zuerst... Die Übersetzung ist wirklich nicht die beste. Aber das soll uns jetzt ja mal nicht stören. Okay. Okay. Lass mich sehen. Achso, ähm... Nein, ich will nicht überspringen. Ich möchte gerne... Entern in die Gehäuse. Wir öffnen also mal das Gehäuse. Ähm... Ist das... Ist das mit... Okay, das ist tatsächlich mit... Ah, okay. Ich muss also... Okay. Mit der Maus bewege ich meinen Schraubenschlüssel. Und wenn ich dran bin, dann kann ich jetzt hier die kleinen Schräubchen rausdrehen. Also abgesehen von der... Von der, sagen wir mal, etwas fragwürdigen Übersetzung manchmal, finde ich das Spiel einfach grafisch sehr, sehr schön. Und auch, was ich da von der Beschreibung gelesen habe, und ich lese ja wirklich nicht oft die Beschreibung, Das fand ich sehr, sehr hübsch. Habe ich nochmal irgendwo eine... Ähm... Es scheint, das würde das Ziffernblatt auch entfernt werden müssen. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Okay. Ja, wie mache ich das denn? Ähm... Da bin ich gerade raus. Ah, okay, gut. Die Maus ist ein bisschen schwierig. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, das ist schön, dass das entfernt werden muss. Okay, ich kann übrigens auch die Pfeiltasten benutzen, um die zu bewegen. Die... Ach, da. Ich sehe hier noch eins. Okay. Hier sehe ich eigentlich noch was. Hier drunter. Ich weiß leider nicht, wie ich das Ziffernblatt entfernen kann. Da bin ich gerade ein bisschen überfallen. Müsste... Müsste ich... Ja, ist das okay. Ah, okay. Verstehe. Ich musste tatsächlich gerade A drücken. So. Ich dachte, mit A würden wir das womöglich überspringen oder aus der Szene wieder rausgehen. Aber jetzt müsste ich wieder auf... Mit A wechseln wir scheinbar einfach nur die Werkzeuge durch. Äh, ja. Ach, jetzt darf ich. Okay. So. Wird einem nicht erklärt. Müssen wir so rausfinden. Ich dachte tatsächlich, mit A verlassen wir das Rätselchen wieder. Aber A ist zum Werkzeuge durchwechseln. So. Oder ne? Habe ich übrigens schon erwähnt, dass es ein Indie-Game ist. Falls ihr das noch nicht erraten habt. Und wie gesagt, ich finde, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Das muss ich bestimmt wieder... Genau. Das hier machen. Ach, du Heilige. Okay. Moment. Das müsste jetzt theoretisch wieder... Das hier sein. Nein. Mal sehen, was los ist. Ich glaube, das war der Hinweis auf die Lupe, die wir brauchen. Hier. Zwei der Zahnräder sind kaputt. Ich habe kein solches Zahnrad. Ich brauche eine Sonderanfertigung. Okay. Mal gucken, ob wir das nicht machen können. Warum kommt Alice nicht zurück? Dann suchen wir sie mal. Ich würde sagen, sofern ich es hinbekomme, wenn es sich mir erschließt, dann werde ich nicht vorlesen, was da steht, sondern was da vermutlich eigentlich stehen sollte. Schnappen wir uns unseren Hut. Und dann gehen wir mal unsere Töchterchen suchen. Und da können wir raus. Das dürfte vermutlich die nächste Szene sein. Das ist sehr hell. Alice. Oh, die Stadt. Und damit noch mein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen. Und willkommen zu Glocke. Es ist so schön. Okay. Da ist unser Töchterchen. Ein kleiner Alice. Es ist schon spät. Lass uns nach Hause gehen. Das Abendessen wartet. Daddy, bist du mit deiner Arbeit fertig? Können wir die Halskette bitte zurückhaben? Du konzentrierst dich auf dein Studium. Es. Was beunruhigst du? Mach dir keine Sorgen darum und konzentrier dich einfach aufs Lernen und auf deine Zukunft. Lügner. Ich werde sie zurückverdienen. Warte. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, das frage ich mich auch gerade. Was ist los? Alice? Sie wäre fast erschlagen worden und wir haben sie gerettet. Komm her. Warum bewegt sich nicht alles? Warum steht alles still? Die Welt hat angehalten. Bewegt sich nicht mehr. Was? Und. Ja, und das als diese kleine Uhr kaputt gegangen ist. Hm. Habe ich hier wieder irgendwas? Nein. Was ist das? Was? Das frage ich mich auch. Das sieht wie ein Kristall aus, oder? Diese Uhr ist die einzige, die arbeitet. Das einzige, was noch funktioniert. Außer dir natürlich. Vielleicht kann ich damit etwas machen. Okay. Steuern. Ich bin gespannt. Wir könnten sie nicht weiter zurück. Da würde sie... Ja, wir müssen sie, glaube ich, hier. Okay. Kann ich andere mit dieser Uhr manipulieren? Sonst ist aber niemandem was passiert gerade, oder? Ja, das war nur unsere arme, kleine Alice, die beinahe erschlagen worden wäre. Es ist nichts passiert. Ich sollte ja besser ein paar Hinweise finden, um die Zeit wieder herzustellen. Wir müssen... Also wir haben jetzt Alice auf jeden Fall gerettet. Sie ist nicht mehr... Wenn sie hier unten liegt, dann ist sie nicht mehr in Gefahr. Aber natürlich... Ja, natürlich kann sie hier nicht bleiben. Okay, wir kommen hier nicht durch wegen dem Klavier. Wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung. Dann schauen wir mal weiter. Auch hier steht alles still. Es ist also nicht eins dieser Phänomene, von dass wir nur das, was wir direkt... Sehen nicht mehr, dass sich das nicht mehr bewegt. Was war das denn eben? Also wie gesagt, es ist ein Puzzle-Adventure. Das heißt, wir werden Rätsel lösen. Und vermutlich ist unser Rätsel hier, dass wir die Teile dieses... Ja, die drei Teile dieses Zahnrads wieder einsammeln müssen. Und um da ranzukommen... Auf dem Glockenturm ist etwas passiert. Ich muss dort nachsehen. Und dafür müssen wir sehr wahrscheinlich die Leute manipulieren und gucken... Kitty! Warte mal ganz kurz zurück. Wo bist du? Komm zu mir! Okay, wir gucken mal... Mit wem wir hier noch so interagieren können. Die Tür ist zu. Kitty könnte... Okay. Also es ist noch nicht lange veröffentlicht. Ich glaube, jetzt wo ich das aufnehme, ist das Spiel seit einer Woche... Eine einer Woche. Das fand ich auch schon so an. Ist, glaube ich, seit einer Woche draußen. Ich glaube, es ist am 14. Dezember... 14. Dezember sag ich schon... Gerade ganz komisch. Am 14. Februar ist es, glaube ich, erschienen. Oder am 19. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls ist es noch nicht lange draußen. Und es kommen ständig Updates und Patches dafür, wo eben... Bugs, die gemeldet wurden, ausgebessert werden. Und das wird sich... Da oben... Da oben sehe ich eine Katze. Das könnte Kitty sein. Und wo sich eben darum gekümmert wird, dass Sachen... Ich kann die Tür nicht öffnen. Deswegen... Ich gehe sehr stark davon aus, dass eben auch die... Die Übersetzung noch besser wird mit der Zeit. Okay. Ich habe großen Hunger. Haben sie noch einen Tisch für einen? Ich weiß nicht, ob wir das alles so machen müssen. Alice sagte mir einmal, dass das Eis hier... Nochmal. Einmal, dass das Eis hier lecker war. Das nächste Mal, wenn sie kommt, werde ich es... Also, wenn wir hier herkommen, werden wir es auch versuchen. Jetzt müsste ich sie noch steuern. Nur eine Minute, bitte. Willkommen. Kommen Sie bitte rein. Okay. Theoretisch müsste ich jetzt vermutlich ihn wieder weiter steuern können, oder? Jetzt ist er nach drinnen gegangen. Und wir könnten auch reingehen, glaube ich. Ich gucke mich erstmal hier unten um. Was möchte er da hinten? So jung ist ein gesuchter Ver... Also, diese Person ist so jung und schon ein gesuchter Verbrecher. Und wir könnten noch weiter gehen. Wir könnten das Ding hier auch steuern. Okay. Ich nehme stark an, dass das hier gar nicht so schlecht ist. Dann kann Kätzchen hier runterspringen. Hoffe ich. Wir könnten erstmal nach oben gehen. Ich weiß nämlich noch nicht, warum wir in den Coffeeshop sollten. Oh, oder wir hätten... Okay, lass mal gucken. Kann ich das hier hinten nochmal steuern? Nee, kann ich nicht. Hier könnten wir nach oben. Ich sollte ja die ober... Auch die ober... Ja, kannst du das bitte nochmal sagen? Okay, ich glaube einfach, wir sollten nochmal nach oben. Kann ich das hier nochmal steuern? Hier, dann müsste ich eigentlich, hoffe ich, eigentlich hier oben rüberkommen. Was war hier noch? Das war das Auto. Achso, das war prüfen. Okay. Ich hoffe, er ist klug genug, dass er da jetzt weiter... Jawohl, das geht. Na, aber auch nicht so richtig. Was war da mit der Leertaste? Das habe ich gerade eben nämlich nicht gedrückt. Ah, springen. Sehr gut. Und da ist Kitty. Okay. Dann können wir hier weiter nach... Eigentlich wollte ich nach oben, aber irgendwo sind wir gerade reingegangen. Ah, wir können hier auf den Glockenturm. Da geht's wieder raus. Und hier geht's nach oben. Dann gehen wir erstmal nach oben, wenn wir schon mal hier sind. Irgendwas wird hier schon sein. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus, wie es aussehen sollte. So sieht ein Glockenturm von innen, glaube ich, nicht unbedingt aus. Okay. Wow, das ist... Ein bisschen surreal. Wir sind in einer riesigen... Dieser Ort wirkt ein bisschen vertraut. War das jetzt richtig? Oder hätte ich... Okay, wir gehen da nochmal kurz rein. Entschuldigung für den zweimal Ladebildschirm jetzt. Aber ich will erst wissen, ob wir hier irgendwas machen können. Ah, okay. Wenn ich hier also laufe, kann ich weiter. Dann dreht sich das Ganze. Was ist das? Hier fehlt noch ein Zahnrad. Wenn ich es hier repariere, kann Alice sich erholen. Vielleicht. Und ich glaube, oben fehlt nochmal eins. Wir gehen erstmal wieder raus. Wir könnten aber bei dem zweiten hier roten. Seht ihr das? Wir haben hier zwei solcher Kreise. Das ist der erste. Und das hier ist der... Ach, da komme ich nicht durch. Okay. Dann gehen wir hier erstmal wieder nach draußen. Vielleicht einfach, damit wir den ganzen Weg nicht wieder zurückgehen müssen. Also wieder runter mit uns. Und vielleicht erstmal hier nach draußen, wo wir dann sind. Wir müssen sowieso nach oben. Ich habe da oben noch ein Stück vom Zahnrad gesehen. Dachte ich zumindest. Was haben wir hier? Dort schimmert etwas. Ganz rechts da, ja. Das ist seltsam. Der Rauch blockiert mich. Okay, das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass der Rauch gleich nicht mehr da ist. Dann müssen wir also erstmal wieder nach unten. Vielleicht, wenn wir... Wenn wir gleich das Auto wegfahren wieder. Dann könnten wir eventuell in das Restaurant rein. Oder wir gucken uns hier erstmal um. Eigentlich wollte ich da gar nicht rein. Eigentlich wollte ich gucken, ob ich mit der Katze nochmal was anstellen kann. Aber das kann ich offensichtlich nicht. Okay. Oben waren wir. Hier müsste ich nach oben, aber das geht nicht. Dann würde ich erstmal kurz hier nach unten gehen. Und jetzt bitte... Was war hier A? Wechseln? Ah, verstehe. Okay. Warte mal hier. Wir steuern mal das. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay. Jetzt können wir das Auto steuern. Und das muss wieder ein Stück... Bitte hier weg erstmal. Und dann können wir hier in das Restaurant hinein. Im Restaurant müssen wir sehr wahrscheinlich dafür sorgen, dass... Ah, oben brennt gerade was an und das darf nicht anbrennen. Was kann ich denn hier alles machen? Steuern wir ihn mal. Er sucht sich etwas zu essen aus und die Kleine wird gleich... Sie wird jetzt bestimmt seine Bestellung aufnehmen. Willkommen. Komm rein und setzen Sie sich. Kommen Sie bitte rein und setzen Sie sich. Okay. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann gehen wir jetzt nach oben. Und wir müssen verhindern, dass hier irgendwas anbrennt. Der Topf brennt. Es muss viel Rauch geben. Und das tut auch. Aber wenn wir ihn steuern, dass er das Ganze hier... Löscht. So, jetzt haben wir keinen Rauch mehr. Wir haben es eben oben gesehen. Da in der Ecke. In der Ecke oben sehen wir, dass der Rauch verschwindet. Perfekt. Jetzt können wir also wieder nach draußen. Und draußen müssten wir jetzt eigentlich... Wenn wir ganz nach oben klettern, an dieses Zahnrad rankommen. Hoffentlich. Aber erstmal muss ich hier wieder das Auto steuern. Jetzt wieder hier nach oben. Es ist ein bisschen ungewohnt, dass Z und das X... Ich nehme an, dass das für eine amerikanische Tastatur ausgelegt ist. Wo ja an unserer Stelle, wo wir das Y haben, das Z liegt. Denn das ist ein bisschen seltsam, wenn man immer so komisch über diese beiden... Über die ganze Höhe der Tastatur praktisch fast greifen muss für die Tasten. Ich muss mal gucken, ob man eventuell die Tastenbelegung ändern kann. Ach nee, warte mal. Das muss ich ja gar nicht hin. Ich muss ja hier nach draußen gehen. Wenn ja, würde ich das machen an sich. Ansonsten muss ich mich daran gewöhnen, dass das so ein bisschen komisch ist. So, rüber da. Und hier das glitzernde Ding. Da fliegt ein Lichtchen. Guck mal an, wir haben einen Teil unseres... Es sieht aus wie ein Teil des Zahnrads. Ich werde... Ich habe es nicht lesen können. So, hier kann ich wieder nach unten. Die Frage ist, wo wir jetzt die restlichen Teile finden. Gehen wir mal hier weiter. Da hinten sehen wir schon eins. Da ist wieder ein... Ich kann es nicht erreichen. Und ich kann diesen Zaun niemals übersteigen. Das ist kein Problem. Wir finden da schon eine Möglichkeit reinzukommen. Na du, was machst du denn? Vielleicht habe ich ihn irgendwo getroffen. Getroffen? Ich bin so hungrig. Ah, ich gehe ins Restaurant. Dann lebe wohl, mein Freund. Und da ist ein kleiner Junge. Na, was machst du? Lucia, wo versteckst du dich? Er sucht also jemanden. Das heißt, wir werden eine Lucia hier irgendwo bestimmt finden. Da ist ein Verbrecher. Au, ist das etwa der Typ, der draußen auf dem Plakat ist? Er sieht aus wie ein Verbrecher. Das tut er wirklich. Na gut. Er sieht sich um und öffnet das Fenster. Aber dadurch, dass... Eine Mauer hier... Ich kann nicht durchgehen. Okay, dadurch, dass er das Fenster geöffnet hat, können wir auch rein. Jetzt sollte die Zeit besser nicht weiterlaufen. Sonst werden wir für einen Verbrecher gehalten. Okay, da ist unser kleiner Dieb. Eigentlich würde ich ihn ja am liebsten wieder raus. Genau. Eigentlich würde ich ihn ja am liebsten wieder rausschicken. Tür ist geschlossen. Ich... Warte. Ich kann Hilfe von diesem Dieb geboren. Aha, okay. Na gut. Ich hoffe, ich kann ihn nachher allerdings trotzdem wieder rausschicken. Denn eigentlich möchte ich nicht, dass er hier drin das Haus ausrauben kann. Wenn es geht, würde ich gerne das Verbrechen verhindern. Okay. Rein mit dir. Und rein mit uns. Dann lassen wir ihn halt die Tür knacken, nicht wahr? So. Da ist er gelandet. Gibt es etwas von Wert in diesem Haus? Ah, wir brechen mal hier auf. Leider wird er da auch schon erwischt. Müssen wir einmal rein und ihn steuern. Wer ist da? Ein Dieb? Okay. Ich werde dich verprügeln. Alles klar. Wow. Okay. Alles klar. Das ist ja schön. Ist hier drin irgendwas, was ich brauche? Ein Fenster. Ich kann durch dieses Fenster in den Garten gelangen. Aber es ist verschlossen. Das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass das Fenster geöffnet wird. Kann ich mit dir nochmal was machen? Warte mal, wenn ich ihn zurückschicke. Aber nein. Wenn ich das mache, dann... Ich habe gerade überlegt, wenn ich den Dieb wieder raus habe. Aber er war ja vorher nicht am Fenster. Na, was machst du lieber? Okay. Du wunderst dich? Hast du den Ton oben gehört? Ah, oben gibt es also das Teil, ja? Ich stecke mitten in... Ich bin gerade beschäftigt. Schau dir selbst nach, was da dieses Geräusch gemacht hat. Ja, das darf der Opa machen, wenn er mag. Naja, ich kann mich kaum bewegen. Ich bin so alt und mein Rücken tut weh und... Na gut, ich kletter mir halt die Leiter hoch. Was ist das? Das ist seltsam. Hm. Schatz, das Fenster oben ist kaputt. Okay, sagt sie dazu nochmal was? Nein, tut sie nicht. Wisst ihr was? Ich lasse den einfach... Ja, wobei, wir können ihn eigentlich hier lassen. Das dauert sonst zu lange, ihn zurückzuschicken. Hier drüben ist nichts mehr. Dann klettern wir hier nach oben. Dann hätten wir schon zwei von drei Teilen. Ich frage es, wie wir unten das Fenster öffnen können. Ich glaube, es waren nur drei Teile. Ich hoffe, es waren nur drei Teile. Aber ja, das müssten drei gewesen sein, glaube ich. Oder vier. Wenn wir ein bisschen Pech haben, dann waren es vier Teile. Die Frage ist, wie wir es jetzt schaffen, dass unten das Fenster geöffnet wird. Okay, wenn ich das hier bei ihm zurück... Dann schließt er wieder ab. Hm. Ich lasse ihn erstmal, wo er ist. Und wir gehen auch mal raus und schauen, ob wir draußen irgendwas übersehen haben. Wir müssen ja in den Garten kommen. Das würden wir durch das Fenster schaffen. Sia, wo versteckst du dich? Irgendwo müssen... Wir müssen irgendwie noch irgendwo... Ja, eben das mit dem Fenster schaffen. Vielleicht doch mal, wenn ich den... Aber der ist ja nicht an seinem Fenster. Was haben wir hier? Dank diesem Dieb kann ich ins Haus gelangen. Ja, das... Komm, es muss im Haus selbst sein, irgendwas. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte hier was glitzern gesehen, aber nein. Okay, der Dieb muss uns die Türe nochmal öffnen. Vielleicht, wenn ich... Ja, das ist verschlossen. Wenn ich den Dieb von hier steuere... Das kann ich nicht. Ich muss aus dem Raum draußen sein, um ihn zu steuern. Okay. Dann lassen wir ihn mal weitermachen. So, er darf ihn verprügeln. Der geprügelte Dieb darf... Fliegen lernen. Okay. Er geht noch ein Stück weiter. Ich fürchte, wir müssen diesen Kampf hier nach und nach... Nein, das war's schon. Hm. Aber hier komme ich immer noch nicht durch. Ich wollte es eigentlich nur einmal... Triggern. Ist da ein Dieb? Hm. Und wenn ich vielleicht... Ach, guck mal. Das sind drei von diesen Balken. Moment. Jetzt muss ich das nochmal anschauen. Wir haben hier den ersten. Das zweite. Das dritte. Da fehlt aber, glaube ich, nochmal was. Und bei ihm hier? Okay, jetzt ist der Mann draußen. Und wenn ich ihn jetzt manipuliere... Ja, aber jetzt ist ja kein Dieb mehr hier. Ha, jetzt... Guckt mal an. Jetzt haben wir es geschafft. Moment, ich gehe mal erst ein Stückchen näher ran. So. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich öffne das Fenster und lasse etwas frische Luft in diesen Raum. Da haben wir es geschafft. Das Fenster ist geöffnet und wir können raus. Jetzt müssen wir im Garten sein. Und da hinten ist das Teil, das ist das Teil, das wir brauchen. Dankeschön. Ist es jetzt das letzte gewesen? Nein? Da hat noch eins gefehlt. Aber wo? Wir haben hier im Garten das Stück von dem Puzzle-Ding gefunden. Wir haben oben... Hier war keins. Das war auf dem Dachboden. Das war auf dem Dachboden haben wir gefunden. Eigentlich muss ich da auch nicht nochmal hoch. Wir werden uns draußen nochmal umschauen. In dem ersten. Vielleicht finden wir es da. Oder aber es ist ein Teil von... Moment. Komme ich jetzt auf der anderen Seite weiter? Eine Mauer. Hier kann ich nicht weiter. Was hat es da mit dieser kleinen Lucia auf sich? Ich sehe hier aber auch nichts mehr. Wir können hier gucken. Vielleicht ist hier irgendwo nochmal ein Teil von dem Zahnrad. Oder wir gehen mal nach oben und gucken, ob eventuell alles bis auf dieses Teil gefehlt hat. Da oben waren wir. Einmal rüber. Nochmal rüber. Kann ich hier eigentlich nochmal irgendwas machen? Die Katze kann ich steuern. In überhaupt. Da fällt ja nur das Ding um. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube nicht, dass es schon reicht. Ich glaube persönlich, dass wir noch irgendwas übersehen haben und was brauchen. Aber... Warte mal. Hier vielleicht. Das hier sieht eigentlich so aus, als könnten wir hier... Noch weiter nach unten, aber scheinbar doch nicht. Wir gucken einfach mal. Vielleicht reicht es ja schon. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, wir brauchen auf jeden Fall ein komplettes Zahnrad, bevor wir hier irgendwas machen können. Aber wir probieren es trotzdem mal. Mehr als probieren bleibt uns ja nicht. Das wäre an der Stelle... Hier fehlt noch ein Zahnrad. Wenn ich es hier repariere, kann Alice sich vielleicht erholen. Und das ist definitiv nicht... Irgendwo haben wir uns übersehen. Und ich weiß nicht... Warte, doch. Ich glaube, ich weiß, wo. Ich glaube, ich weiß, wo wir uns übersehen haben. Ich will das zumindest noch gucken, ob ich das richtig im Gedächtnis habe. Also ich glaube, wir brauchen insgesamt vielleicht sogar zwei Zahnräder. Hier draußen war nichts mehr, oder? Nein. Und hier kann ich auch nicht drüber springen. Oh, warte mal. Aber ich kann... Ich muss nicht nochmal rein. Ich kann einfach hier nach unten klettern. Mich fallen lassen. Dann hier raus. Hier rüber. Und ich habe das Gefühl... Wir haben hier draußen im ersten Bildschirm bestimmt noch ein Stück vom Zahnrad. Ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwas übersehen. So. Vom Klavier geblockt. Ist hier wirklich nichts mehr? Wo übersehe ich dann... Okay, warte. Ich muss mal die ganzen Leute hier nochmal steuern. Das ist das Kittylein gewesen. Mit ihm... Ah, natürlich. Hier konnte ich nicht rein. Durch die Tür. Stimmt's? Durch die Tür konnte ich nicht rein. Da kommen sie rein. Wie war das mit der Tür? Ich konnte hier nicht rein. Jetzt kann ich gar nicht mehr mit ihr interagieren. Das geht auch nicht. Ich muss irgendwie dafür sorgen. Könnte ich mit dem Typ da hinten interagieren, wenn er... Kann ich mit einem von denen hier irgendwas machen? Das ist... Das eine ist... Der hinten. Das ist er. Er sagt nur was zum Thema Verbrecher. Ihn hatten wir noch nicht. Okay. Die Kellnerinnen sind süß wie immer. Okay. Das hatten wir übersehen eben. Haben sie noch einen Tisch für einen? Vermutlich wird sie jetzt Nein sagen. Das heißt, wir müssen erst den anderen Mann rausholen. Oder? So. Mal gucken. Kann er noch irgendwas? Jetzt ist sie getriggert. Und sie sagt... Haben sie noch einen Tisch für einen? Warte. Hat die... So. Nur eine Minute bitte. Leider haben wir momentan keinen Tisch zur Verfügung. Mal gucken, was er jetzt macht. Vielleicht muss er auch einfach weitergehen. Dann beim nächsten Mal. Okay. Das heißt, ich muss erst noch mal rein und den Mann noch mal rausschicken. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Bei ihm muss es so rückwärts laufen. Und da ist er wieder draußen. Ich stelle ihn mal ein bisschen weiter von der Tür weg. Und ich würde ganz gerne auf ihn wechseln. Genau. Nein, das war... Ach, Mist. Ich habe ihn in die falsche Richtung gesteuert. Mist, Mist, Mist. So, zurück bitte. Ich habe ihn versehentlich wieder nach vorne gesteuert. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Gewohnheit. Ich wollte nach rechts, weil er weg von der Tür soll zurück. Aber das darf ich natürlich nicht. Nein. Nein. Okay. Jetzt ihn steuern. Und... Haben sie noch einen Tisch für einen? Das sollst du gar nicht fragen. Ach so, er geht in die Richtung. Okay. Ich habe großen Hunger. Ich muss leider noch ein bisschen hungrig bleiben. Jetzt darf er noch mal fragen. Einmal zurück. So. Haben sie noch einen Tisch für einen? Da ist er drin. Jetzt muss er sich drin vermutlich an den Tisch setzen. Und dann könnte es sein, dass der Mann... So. Setz dich mal und bestell. 13. Okay. Jetzt noch mal. Willkommen. Äh. Willkommen. Bitte setzen Sie sich. Kann ich mit ihm noch was machen? Nein. Okay. Dann gehen wir wieder nach draußen und kümmern uns wieder um den Mann. Der hoffentlich in dem Haus wohnt und deswegen uns gleich die verschlossene Türe öffnen wird, da er hier nichts bekommt. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Jetzt wird er gleich eine Abfuhr bekommen. Haben sie noch einen Tisch für einen? Und jetzt das Mädchen. Leider haben wir momentan... Hihi. Vielleicht muss ich jetzt so... Jetzt sagt sie ihm nämlich, dass sie keinen Tisch mehr haben. Nur eine Minute bitte. Leider haben wir momentan keinen Tisch zur Verfügung. So. Jetzt er wieder. Ah. Dann warte ich mal. Und er geht wieder weg. Und ich hoffe, er geht gleich durch diese Türe. Bitte, bitte, mein Freund. Geh durch die Türe. Er geht nicht durch die Tür. Warum geht er nicht durch die Tür? Ach, Mist. Vielleicht... Okay, mein Freund. Du musst doch nochmal nach draußen. Es tut mir leid, dass es gerade etwas länger dauert. Das ist eben eingewöhnen. Gucken, wie wir das machen. Haben sie noch einen Tisch für einen? Was? Nein, nein. Ihn wollte ich gar nicht. Momentan keinen Tisch. Eine Minute bitte. So, jetzt müsste ich ihn nochmal holen. Er darf zurückgehen und dann seine Frage stellen. Vielleicht ist es auch der junge Mann, der weggehen muss. Dann warte ich mal. Haben sie noch... Haben sie noch einen Tisch für einen? Und jetzt darf sie... Nur eine Minute bitte. Nur einen Platz zur Verfügung. Er müsste... Moment mal. Er muss erstmal zu. Kann ich nicht ihn da vorne nochmal steuern? Ich bin gerade etwas verwirrt. Okay, jetzt kann ich ihn wieder. Was kann ich tun? Wir haben dann einen Platz für einen. Ich müsste, glaube ich... Ich müsste, glaube ich, erstmal den jungen Mann wieder wegschicken. So, er darf erstmal... Erstmal wieder ein Stück weit weggehen, dass er nicht gefragt hat. Jetzt könnte er wieder fragen. Was kann ich tun? Das erstmal nicht. Haben sie noch einen Tisch für einen? Und sie darf dann antworten. Nur eine Minute bitte. Jetzt verstehe ich es nicht ganz. Ich bin ein wenig verwirrt. Rein könnte ich jetzt auch nicht mehr. Wisst ihr was? Wir probieren es einfach das nächste Mal wieder. Alles sagt er... Ja gut, das hatten wir ja schon. Wir probieren es einfach das nächste Mal wieder. Denn ich glaube, ich muss da erst nochmal ein bisschen die Leute hin und her schicken. Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und lasst mir gerne wissen, wie euch locker gefällt. Ich finde es vom Stil her, finde ich es sehr, sehr schön. Es ist halt wieder eine Rätsel-Adventure. Und deswegen hänge ich hier halt gerade mal ganz kurz fest. Aber das kriegen wir schon hin. Wir schaffen das. Ich weiß es. Ich glaube an uns. Und ich glaube, dass wir durch diese Tür müssen. Und dass wir das irgendwie auch schaffen können. Die Frage ist nur, wie schaffen wir es jetzt, dass der junge Mann nicht mehr... Vermutlich muss der junge Mann durch diese Tür gehen. Denn der mit Brille, der jetzt gerade an der Tür geht, der bleibt ja nur da hinten stehen. Mit dem konnten wir weiter nichts machen. Ich muss es nur wieder so hinbekommen, dass er da jetzt mit der netten Kellnerin reden kann. Also macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal bei Glocker. Wenn wir dann hoffentlich das letzte Teil vom Zahnrad finden. Und vielleicht, vielleicht, wenn ich ein kleines Päuschen mache nach den ersten 1, 2, 3 Folgen. Vielleicht werden auch die deutschen Texte mit der Zeit besser. Mal gucken, ob wir das noch sehen. Also macht euch wie gesagt noch einen flauschigen Tag. Und bye bye.